Hallo liebe Leute, da spricht wieder der Christian, euer Fototrainer. Und heute bin ich wieder mit einem Thema bei euch, und zwar mit einem Softwarethema. Und wer meinen Kanal schon länger folgt, weiß, dass ich immer wieder auch mit Radiant Photo arbeite. Und ich habe hier im Hintergrund, ihr seht es schon, zwei, vier, fünf Musterbilder aus Wien, die in der Nacht aufgenommen worden sind. Und mit denen möchte ich euch zeigen, wie ich die in einem Workflow verpacke, so dass ich relativ schnell damit fertig bin. Das ist jetzt keine Lösung für alle Fotos und für jede Anwendung, aber es ist eine recht gute Lösung für Bilder, die sehr schnell sehr gut aussehen sollen. Und das zeige ich euch jetzt, wie ich das mit Lightroom und in Radiant kombiniert mache. Also ich erzähle euch nachher ein bisschen Hintergrundstory zu den Fotos, aber zuerst zeige ich euch mal, wie ich die bearbeite, dann läuft der Prozess, und dann schauen wir uns auch die Ergebnisse an. Also im ersten Schritt, und da nutze ich jetzt mal diese Lightroom-Möglichkeiten, also wir sehen hier fünf RAW-Files, die sind alle aus einer Sony Vollformat, aus einer A7 III, und alle aufgenommen mit einem Sony 20 mm. Keine schlechte Kamera und kein schlechtes Objektiv. Die Bilder sind so, das ist das RAW-Bild, so kommt es aus der Kamera, so ist es unbearbeitet. Und ich möchte hier jetzt relativ schnell diese fünf Bilder entwickeln, und mein Weg, oder ein Weg wäre, folgendes zu machen. Wir lassen uns hier mal voll helfen von den Softwareherstellern. Ich würde euch empfehlen, hier die... Ah, ich mache mir mal ein bisschen kleiner, dass man das auch alles richtig gut sieht. Ich stelle mich mal da her, das störe ich nicht. Das können wir auch weggeben. Presets brauchen wir jetzt einmal keine da, gehen wir auch weg. So, also hier diese Objektivkorrektur würde ich mal aktivieren im ersten Schritt. Ihr seht, wenn ihr da mal auf das Hauptbild seht, es tut sich doch einiges, gerade in den Ecken. Auch mit diesem 20 mm Sony-Linserl ist immer noch was zu korrigieren. Das heißt, das mache ich mal aktiv, ansonsten brauche ich mal hier nichts. Die Bilder haben eine ISO-Range zwischen 100 und 2000 ISO, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, ich mache hier mal als erstes meine Objektivkorrekturen, die aktiviere ich mal und synchronisiere sie mit allen Fotos. Es ist das gleiche Objektiv, also es wird sich hier überall in den Bildern etwas verändern. So, dann habe ich diese RAW-Files. Und jetzt machen wir unser neues Verbessern-Modul in Lightroom. Öffnen das mal und gehen auf das Entrauschen. Ja, ich weiß, die 100 ISO-Bilder und auch die 400 ISO-Bilder oder was dazwischen ist, kann man anders entrauschen, braucht man nicht über dieses Modul machen, wäre nicht notwendig. Wir haben hier mal kurz Zeit, wir lassen das laufen. Er sagt, es dauert ungefähr zwei Minuten für fünf Bilder. Ich habe es nicht nachgestoppt, aber lassen wir es mal laufen. Links oben seht ihr den Fortschrittsbalken. Kurz zu den Fotos. Also, die Fotos sind alle entstanden im Zuge eines Workshops, eines Fotowalks. Wien bei Nacht heißt der. Und der wird so regelmäßig, unregelmäßig abgehalten von der Volkshochschule Wien. Und da darf ich diesen Kurs leiten. Und jetzt vor einer Woche war wieder so ein Termin. Und da habe ich also mit einigen interessierten Personen, sind wir da durch Wien gezogen und haben eben so beginnend mit Sonnenuntergang, blauer Stunde bis eben in die Dunkelheit hinein fotografiert. Zum Teil aus der Hand, zum Teil vom Stativ. Also die Bilder, die ihr jetzt seht, die sind glaube ich alle aufgestützt oder eben zumindest vom Stativ gemacht. Mit diesem Workflow möchte ich euch zeigen, wie ich relativ zügig Bildergebnisse bekomme, die gut sind. Die sind nicht perfekt. Man kann sicher noch mehr machen. Man könnte das ja auch alles in Photoshop oder in Lightroom lösen. Aber ich habe mich hier jetzt einmal für diesen Weg entschieden, der relativ automatisiert ist. Und was sich diesem Schritt gerade passiert ist, ist die DNG-Erstellung. Das heißt, er erstellt jetzt aus jedem RAW-File ein DNG. Das ist ja auch ein RAW-File. Hat es aber entrauscht und mit dieser KI-Logik sozusagen von Lightroom verbessert, was auch immer da passiert. Das wird mit diesen Low-ISO-Bildern jetzt keinen großen Unterschied machen. Aber wenn die Bilder 2000 ISO haben oder mehr, dann wird es deutlich sichtbar. So, das dauert noch ein bisschen. Es kann aber nicht mehr allzu lange dauern. Ihr seht, zwei Drittel sind schon geschafft. Dann habe ich lauter DNGs. Und da ich vorher diese Objektivkorrektur aktiviert habe, sollten die auch sozusagen entzerrt sein und korrigiert sein. Die sollten recht gut daherkommen. Na ja, müssen wir noch ein bisschen warten. Wie gesagt, diese Stapelverarbeitung würde ich, für ein paar Bilder kann man das machen. Wenn man da jetzt 50 Bilder reinlädt, dauert das ziemlich lange. Je nach Hardware natürlich und je nach Möglichkeiten. Aber ich würde wirklich nur die High-ISO-Bilder da durchjagen. Oder ihr habt halt einfach Zeit. Das ist auch okay. So, wir sind schon im Finale. Er macht jetzt hier unten die Stapel, also schlichtet die übereinander, die Bilder. Also das RAW mit dem neuen RAW, mit dem DNG. Okay, schauen wir uns gleich an. Na hopp, ein bisschen noch. Na, jetzt mit den zwei Minuten wird ganz gut hinkommen. Wie gesagt, ich habe es nicht nachgestoppt, aber es fühlt sich so an, als ob es stimmen würde. So, jetzt sind wir fertig. Dann schauen wir mal hier in diesen Metadatenfilter, den Bibliotheksfilter. Was habe ich jetzt? Ich habe hier, Entschuldigung, den Stapel müssen wir natürlich auflösen. Stapel aufheben. Und jetzt habe ich 5 mal DNG und 5 mal das Ausgangsbild, das RAW. So, okay, 5 mal DNG. Von den DNG arbeiten wir weiter. Man muss dazu sagen, dass das DNG oder das verbesserte DNG, nehmen wir uns mal das mit den 2000 ISO, also dieses hier, dieses Bild, wenn ich die mal vergleiche, ob es falsch hier herum und hier her, schauen wir uns das mal genauer an. Das heißt, das linke ist jetzt das DNG, also das mit dieser KI verbesserte und entrauschte und das rechte ist das Original RAW. Ja, da sehen wir jetzt noch nicht die großen Unterschiede. Wenn wir da hinein zoomen, seht ihr, ja, nehmen wir uns hier diese Bögen hierher, hier auf der rechten Seite sieht man das deutliche Rauschen, also dieses 2000 ISO Rauschen. Das ist jetzt nicht unendlich schlimm, aber es ist halt da. Und hier sind die Bilder schon wesentlich schöner geklättet auf der linken Seite. Ja, also das zieht sich durch, also die Flächen sind viel schöner, viel harmonischer. Ja, auch hier in den dunklen Bereichen sieht man sehr deutlich, dass die linke Seite, also dieses DNG, verbessert ist. Wir wollen das aber jetzt mal weiter behandeln, und zwar, ups, wir nehmen diese fünf DNGs und gehen einen Schritt weiter und sagen, bearbeiten in Radiant Photo. Jetzt kommt mein nächstes Programm sozusagen in Einsatz und der macht halt noch einen Zwischenschritt. Und zwar macht er jetzt aus jedem DNG ein TIFF-File und das TIFF ist dann sozusagen das neue Ausgangsmaterial. Das ist nicht optimal, der Prozess, es wäre schöner, wenn das im RAW blieben würde, aber es ist mal so. Okay, akzeptieren wir das einmal. Er macht mir jetzt diese fünf, also er generiert diese fünf TIFFs und sobald sie geöffnet werden, sind sie auch schon beschlagen und zwar hier mit einer Automatik, mit diesem Auto Radiant. Also er legt eine gewisse, also eine gewisse Bearbeitung, gibt er vor. Wenn ich hier die Space-Taste drücke und das habe ich bei meinem Radiant-Video schon gezeigt, dann kriege ich sozusagen das RAW zurück. So kommt es und so macht es Radiant. Und ihr seht, das ist ja schon mal fein. Da unten habe ich jetzt alle fünf Bilder offen, das geht mit allen jetzt durch. Ich kann mir das hier bereits so anschauen. Ich kann hier in Radiant natürlich noch massiv eingreifen. Das möchte ich euch bei diesem Video aber gar nicht zeigen. Wir bleiben ganz einfach, wir nehmen im Prinzip nur die Automatik. Hier links oben seht ihr, er kennt hier Landschaft Nacht, das ist einmal grundsätzlich richtig. Er erkennt hier Landschaft Nacht, hier genauso, nur beim ersten hat er Auto Radiant genommen. Wenn ich hier Landschaft Nacht nehme, wird es ein bisschen anders, aber meistens, muss ich zugeben, dieses automatische Erkennen ist meistens ein Top-Ergebnis. Nicht immer, aber meistens. So, und jetzt bleibt mir nur, mir hier rechts oben auf Speichern zu gehen. Ich möchte sonst nichts eingreifen, nichts verändern an den Bildern. Könnte ich auch später noch in Lightroom machen. Ich lasse das einfach hier aus dem Radiant rausrechnen, so wie ihr es jetzt gerade gesehen habt. und so bekommt es jetzt, also so wird es als TIF in Lightroom wieder importiert. Das dauert natürlich jetzt auch einige Zeit, weil die Files mittlerweile sehr, sehr groß sind. Also das, ich habe vorhin nachgesehen, das hat so 100 MB ungefähr jetzt, dieses TIF. Also von einem 25 MB Original RAW sind wir jetzt auf einem 100 MB TIF. Das dauert natürlich. Je nach Rechner und je nach Möglichkeiten ist das ein bisschen zeitintensiv. Das ist auch nichts, was ich jetzt für hunderte Bilder machen würde. Das ist so ein kleiner Prozess, so eine kleine Hilfsroutine, die ich genau für so eine Anwendung, ich brauche fünf Bilder, die schnell gut aussehen. Dann würde ich das eventuell so machen. Und haben jetzt hier fünf TIFs. Und diese fünf TIFs sind so, wie wir sie gerade gesehen haben. Ich mache es nochmal groß. Ja, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Ich fahre nochmal da her. Das sieht doch mal richtig gut aus. Hier also mit den Leuchtspuren, das ist jetzt hier Langzeitbelichtung, ich glaube bei, weiß ich nicht, zehn Sekunden, acht, zehn Sekunden herum. Dieses Bild habe ich, glaube ich, 20 Sekunden belichtet mit sehr abgeblendeter Blende. Darum auch diese brutalen Blendensterne. Und hier sind es auch einige Sekunden Belichtungszeit. Nicht schlecht. Und wenn ich es jetzt ausgeben will, markiere ich die TIFs wie in Benacht JPEG und schreibe sie raus und überschreibe sie hier und schließe den Prozess ab und habe fünf finale JPEGs, die sehr, sehr ordentlich aussehen. Natürlich könnte man noch mehr tweaken und mehr an den Bildern rumdrehen, aber overall, muss ich sagen, sind die Ergebnisse top. Wenn euch das Video bisher gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, liken, teilen, sharen, darüber sprechen, ein Abo dalassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Auch ein nettes Kommentar, da bin ich immer ganz angetan, ich lese die fast immer alle, also wenn es sich irgendwo ausgeht, lese ich alle Kommentare. Ja, und folgt gerne meinem Kanal, da gibt es noch eine Menge anderer Videos zu verschiedensten Themen in der Fotografie, aber auch zu Lightroom und zu Radiant Photo. In dem Sinne, alles Liebe, euer Fototrainer der Christian, Servus, Tschüss und Baba. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020